2 hatte ich hier vorbeendet, das ist über ein Jahr her, Suikoden 5 habe ich vor drei Jahren gespielt, also 2019, Ende 2019 gespielt und dann letztes Jahr noch einmal so privat, aber ich habe komplett vergessen, ob das da auch so teuer war zu übernachten. Ah, gut, ne, achso, ich muss an die Tafel gehen, ne, dann müssen wir halt nochmal raus, tja, so kann es gehen, ja, ach, ich wünsche mir, es wäre anders gewesen, ach, Mann, jetzt laufe ich hier schon wieder rein, Idiot, Nein, das werden wir auch auf jeden Fall noch machen, komm mal, was da wolle, also die Tickets holen wir uns jetzt noch. Dann gehen wir halt nochmal in den Wald, speichern vorher und machen nochmal fünf Gegner, das Leben ist halt hart und dann sollte es aber wirklich der Fall sein, dass es klappt, denn ich weiß definitiv, dass er nicht nach Handlung abrechnet, also dass er quasi sagt, du hast Periode 32, weil du den Geschichtsschrank ein bisschen fortgesetzt hast, das ist definitiv nicht so. Und was auch definitiv nicht so ist, ist, dass ich jetzt, ähm, sag gleich, ähm, meine ganzen Heil-Items verbrauchen möchte, das wollte ich glaube ich sagen, ich habe schon wieder, ich glaube, das war, was ich sagen wollte, ich weiß das nicht ganz genau. Was haben wir denn eigentlich, hat jetzt noch irgendwer in den Slot frei gehabt, ey, habe ich auch schon wieder vergessen, ne. Also, wir bräuchten definitiv jemanden, der, und das wird nicht, also wir, wir und ihr, ich, wir nehmen den Joker definitiv nicht seine Feuerhune weg, auf keinen Fall. Wir nehmen auch Ghetto auf keinen Fall seine Lighting-Hune weg, macht das bloß nicht. Also, oder, beziehungsweise, wenn ihr was machen wollt, dann könnt ihr später noch entscheiden, aber vorerst macht es einfach nicht. So, gut. Passt so. Mit dem attackieren wir weiter. Hier, benutzen wir schon mal das. Halt 90. Ja, passt. Auf Joker. Und damit greifen wir natürlich an. Das gute Tagoyaki. Also, das Heilen ist hier am Anfang definitiv wichtig. Wie ich finde. Also, auch erstmal zu schalten, weil, du hast ja, kannst ja Joker heilen, du kannst, ähm, Queen heilen und du kannst auch teilen. Und das ist was, das habe ich nie beachtet, als ich das erstmal durchgespielt habe. Also, am Anfang jetzt, dass du halt teilen kannst. Oder ich habe es vielleicht einfach nicht geschnallt. Ich weiß es nicht. Ist auch so ein bisschen lange her. Ich glaube, das erste Mal habe ich das, ähm, gespielt. Da war Suikoden vier hier schon draußen. Da haben wir nämlich, genau. Ne, da kamen Suikoden vier raus, genau. Und dann, ein halbes Jahr später, habe ich halt das hier gespielt, weil, weil wir uns alle gewundert haben, äh, warum kommt ein Suikoden vier raus? Es gab da noch gar kein drittes. Und wir waren alle Fans. Also, mein bester Kumpel damals, äh, seine Freundin. Also, wir haben alle die, die ersten beiden Spiele schon verzerrt, also, uns nach den Spielen verzerrt. Und auf einmal kommt vier und wir haben uns alle noch gefreut. Und dann so, äh, warum vier? Ja, hat sich dann später irgendwann rausgestellt. Und dann haben wir uns alle eine Playstation 2 mit dem Chip geholt und haben es gespielt. Ja. Und dann war für mich gleich, bumm, war das hier, ähm, mal ab, wer das eine oder andere gut findet. Und für mich war gleich hier, weil ich das, ich habe das zweite schon geliebt und dann war das hier gleich so, die waren beide so auf einem Level erst. Heutzutage finde ich, wegen der intensiveren Geschichte, das hier sogar noch besser. Definitiv. Weil die Geschichte hier wirklich, hat der, haben wir, habe ich auch schon mit dem, zu dem Schiner gesagt. Also, das ist viel textintensiver, für dich selbst zum Lesen, wenn du Zeit hast, logischerweise. Und, ähm, wesentlich emotionaler. Also, wirklich intensiver. Das finde ich, äh, und damit meine ich jetzt nicht einzelne Momente, wie, ähm, dass, dass zum Beispiel Ryo seine, seine, ähm, Schwester da eventuell verletzt oder seinen besten Freund, ne. Ich meine jetzt, das Gesamtbild, ne. So, aber auch egal. Wir müssen jetzt wieder mal heilen. Und wir werden Porkbun heilen, das werden wir Gerdum geben. Mit den beiden können wir einwandfrei attackieren und er müsste dann auch mal in seine Tasche greifen und ein bisschen Tomatensaft trinken. Die blöde Fee hat's drauf, ne. Kann das sein? Ich bin zu faul, jetzt jedes Mal Feuer auf die zu machen. Gut, wir kriegen Medizin D. Alles, was wir in Medizin kriegen, ist wundervoll. Ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal das Ding hier ab. Also quasi einmal nach unten und dann wieder nach links weg. Und gehen wir in die Stadt und hoffen, dass es dann geklappt hat. Mit der, mit dem, ähm, zeitlichen, dass wir die Handels-, die, die Ticketperiode 32 haben. Was ich interessant finden würde, ähm, denn vielleicht haben mich ja noch ein paar Leute aus dem Land hier außer dem China gefunden vor langer Zeit. Bei dem ist er schon, der hat mich ja zum Anfang gespielt schon gefunden, durch Zufall. Vielleicht haben mich ja noch andere gefunden, die, ähm, vielleicht auch das Spiel hier sehen wollen. Ähm, und da würde mich interessieren, China kann das natürlich auch schreiben, falls ihr zu dem Zeitpunkt jetzt noch zuguckt bei meinem Rockthrough. Ähm, mich würde interessieren, welche sind eure Lieblingsspiele der Soikonenreihe und aus welchem Grund? Ich will jetzt nicht wissen, welches ihr am blödesten findet, weil, äh, 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 sondern mich würde interessieren, welches sind ihr am besten und warum. Das würde mich wirklich interessieren. Läuft ja heutzutage im Internet meistens andersrum. Da haut man eher runter, als dass man, äh, also jetzt nicht ihr vielleicht, aber die, ähm, Experten, in Anführungszeichen. Und die, ähm, wenn jemand sagt, ich bin Fan erster Stunde, hat er bei mir schon verloren. Also, gibt wahrscheinlich auch andere Menschen, aber grundsätzlich haben die dann schon bei mir verloren, weil ich bin auch Fan erster Stunde und kann, äh, zwischendingen definieren. Und zu sagen, das war jetzt komplett schlecht, könnte ich jetzt zum Beispiel nehmen, die, ähm, Resident Evil Reihe. Ähm, bei mir war es halt irgendwann so, äh, ich, ich hab das, das erste Spiel, als es rauskam, gespielt. War, war gruselig, weil ich schon immer Grusel vor Zombies hatte, so, vor solchen Filmen. War scary. Gab's bis dahin auch nicht in dem Maß, obwohl es gab ein Spiel auf, auf dem SNES, ein japanisches. Das hatten wir aber nicht hier, deswegen kann man das eigentlich nicht zählen. Das war ein Spiel, da bist du, äh, Mädel, da läufst du vor so einem Typ mit einer Schere weg und sowas und musst dich verstecken. Und es gab natürlich mehr irgendeinen Menschen, wenn man das als kleinen Ort so bezeichnen möchte, wo du dich auch verstecken musstest oder so. Aber Resident Evil war das echte, erste, echte, ja, Horror-Szenario-Spiel, was da zu dem Zeitpunkt anscheinend auch offensichtlich mega gut aussah. Deswegen erinnert man sich so dran. Und dann hast du das zweite gespielt, das war natürlich eine, also es war weniger gruselig. Es war eine Großstadt, da war man halt mehr gefordert, weil so viel um einen herum passiert. Fand ich gleich noch tausendmal besser. Ähm, die Spannung war natürlich genauso da, weil man halt bis zu dem Zeitpunkt, da kannte man das alles noch gar nicht, dass es sowas gibt überhaupt. Äh, oder dass solche Spiele überhaupt entstehen könnten, konnte man sich das gar nicht vorstellen damals. Ähm, das dritte, ja, da habe ich auch immer noch so gehalten, wie das, ja, keine Ahnung. Ich fand's nicht ganz so gut wie das zweite, aber auch besser als das erste. Dann kam irgendwann das vierte, ich glaube, das kam vor Code Veronica, nee, kam's nicht. Dann kam das Remake und Code Veronica, glaube ich, auf dem Gamecube. Das Code Veronica fand ich dann unter allen und fand's immer noch mit am gruseligsten, also nur den Anfang davon. Ähm, das Remake war natürlich, also das erste Spiel aufzuwerten, das war natürlich top. Ähm, spielt man auch immer mal, ich hab's dieses Jahr irgendwann sogar gespielt. Und dann kam Resident Evil 4, da haben's die Leute am Anfang noch nicht mehr bemerkt, ähm, warum auch immer. Ähm, das war natürlich ein kompletter Kontrast zu den anderen Dingern, aber wirklich ein kompletter Kontrast. Eins, wir hatten keine Zombie mehr, sondern einfach nur irgendwelche aggressiven Honks. Gleichzeitig hatten wir totale Loser als Oberbösewichte. Wie den Salazar und, ähm, Saddler, das ist der Haupt, Hauptbösewicht quasi. Ähm, da hatten wir eins zu, hatten wir einen halbwegs kühlen Boss, das war der, der Village Chief. Und das war natürlich voll auf Action aus, das mit Waffen aufleveln, wie in so einem Kriegsspiel. Und du hast halt in dem Spiel auch unendlich viel Munition, sag ich jetzt einfach mal, zum Spaß. Natürlich hast du nicht unendlich viel Munition, aber du findest immer mehr, als du Gegner erledigen musst. Und von denen kommen eine Menge, eine richtige Menge. Das fand ich dann sehr cool, das hat mir sehr gefallen, diese Mischung aus, ähm, ja, Grusel. Ne, Grusel ist ja nicht das dann Horror. Und der Grusel wäre wie die ersten drei Spiele für mich. Die Definition ist heutzutage, finde ich, komisch. Also für mich wäre Grusel die ersten drei Spiele. Ne, das erste Spiel wäre Grusel Horror. Die anderen wären Horror. Und, ne, sagen wir, die ersten drei sind Grusel Horror, oder die ersten zwei sind Grusel Horror. Dann ist es nur noch Horror und dann ist es Horror mit Action. Das hat mir natürlich gut gefallen, weil du dich sicher gefühlt hast im vierten Spiel, ne. Du findest diese ganze Munition, kannst dich da einfach durchballern, wie so ein Berserker. Ähm, wie ein Berserker, ne, ich übertreibe ein bisschen. Ähm, kann sich halt durchballern, ohne dass du... Und du hast keine gruselig aussehenen Zombies, sondern einfach nur so ein paar Honks. Oh, das könnte gefährlich werden. Das machen wir lieber mal auf eine von den Feen. Und er kann ja auch irgendwie ihn attackieren. Und, ähm, dann hast du das Fimste gekriegt. Das war dann halt mal nicht in dunkelster Nacht. Und, ähm, war im Prinzip das gleiche wie das vierte. Nur, dass du ein Multiplayer, also dass du mit zwei Leuten spielen konntest. Also, das gleiche wie vier. Nicht ganz doppelte Anzahl an Gegnern und du bist zweit. Ähm. Macht natürlich vom... Also am Anfang hast du immer diesen, 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 ähm, Puls auf 5000. Finde ich aber, ist ja auch klar, wenn du was nicht kennst. Ähm, macht es natürlich dann, wenn du alleine gespielt hast. Ne, wenn du zu zweit gespielt hast, dann macht es das natürlich ein bisschen wett. Weil du fühlst dich sicherer, wenn du zu zweit spielst, ne. Wenn du alleine gespielt hast das erste Mal, dann hast du ja trotzdem quasi genau den, den gleichen, das gleiche Gefühl von, von Druck oder Intensität wie beim vierten. War halt aber bei, hat bei Tageslicht in der Sonne gespielt. Ich glaube, das hat es dann für viele schlechter gemacht als das vierte. Warum auch immer, weil dafür hat es ja nicht so eine Volltrottel als Bosse. Also die Story war wieder ernster. Ähm. Ich fand es eigentlich gut, dass das mal nicht in irgendeiner dunklen Stadt oder in einer dunklen Villa oder was weiß ich was gespielt hat. Wie gesagt, das ist für viele die Definition von Horror. Weil Dunkelheit die größte Angst der Menschen ist, habe ich mir sagen lassen. Kann auch sein. Ähm. Ja, wie gesagt, ich fand vier und fünf dann richtig gut. Beim sechsten hatte ich Probleme mit dem Gameplay. Und ich fand das dann auch schade, dass man nicht mehr aufrüsten konnte, die Waffen und sowas. Wenn man das aus den beiden Vorgängern vier und fünf gewohnt war. Ähm. Die KI, die zu deiner Seite war, die war weniger, also man konnte nicht verstellen, ob sie suchend sein soll oder aggressiv. Das konntest du in fünf halt. Auch wenn viele es anscheinend nicht gemacht haben. Ne, es haben offensichtlich viele nicht gemacht, weil die KI bei fünf, wenn du sie auf aggressiv stellst, dann agiert sie sehr viel. Die haben jetzt sogar selber Munition und also scheiß offen gibt sie dir. Also eigentlich ist sie sehr schlau und sie belebt sich auch wieder. Aber die meisten haben, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur auf defensiv gespielt und das einfach so gelassen. Keine Ahnung. Ähm. Ja, und dann kam sieben und da war für mich das, wo so ein Umbruch war. Äh, also es kam, dazwischen kamen auch noch so Sachen. Aber bei sieben war es dann so, dass die Reihe von der, von der, äh, äh, dass das direkt auf eine Ego-Perspektivenkamera gestellt hat. Und das hat für mich die Intention rausgenommen, also den Charakter zu, mit dem Charakter zu führen, weil du einfach nur zwei Hände bist. Ne, ich bin jemand, ich möchte so haben, wie zum Beispiel hier oder so, äh, dass du die Person siehst wie in einem Film, den du spielst. Das macht für mich ein Videospiel, also damit ich auch aufgewachsen, ne. Ich bin nicht, hab mir nicht ein Computer gekauft und hab dann gleich Doom gespielt und fand das am besten, sondern ich hab's halt, ich sehe wenig Spiele. Egal in welcher Variation, ob das 2D oder 3D ist. Oh ja, jetzt sind wir soweit, um das zu Ende zu bringen. Und das hat für mich so ein bisschen den, den Reiz rausgenommen, ne. Aber ich würde keins davon schlecht machen. Keins der Spiele aus der Hauptreihe oder den Nebenteilen, weil das kann ja sein. Also sie haben ja alle ihre Vor- und Nachteile. Oder ihre guten und schlechten. Und so ist das bei, bei Suikoden dann halt auch. Ja, das war's schon, ne. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also diese Spiele sind alle durch die Bank top. Ähm. Das eine, was nur in Japan gibt, habe ich nie gespielt, aber sind auf jeden Fall top in ihre Weise, alle. Also nichts, was ich sage, ist irgendwie so gemeint, dass irgendwas daran wirklich schlecht wäre. Oh, halt. So, jetzt sind wir aber falsch, wir müssen nämlich hier rangehen. Und das war, hä? Ne, wir haben es immer noch nicht. Oh, das war, weil ich gerade wieder an die, an die Frau da gegangen bin, dass ich, dass ich verwirrt war. Weil die immer sagt, 32 Artikel kaufen, scheiße. Okay, egal. Das meine ich auf jeden Fall zum Internet, genau. Darauf halt hinaus. Und heutzutage kriegst du halt nicht erzählt, dieses Spiel, ähm, hat dies und dies positive und das negative. Du kriegst eigentlich meistens mitgeteilt, mir passt irgendwas nicht, deswegen ist alles scheiße. Also mindestens seit den frühen 2000, irgendwie 2012 oder so, da ging es immer weiter bergabwärts. Weil die Leute anscheinend keine Intention haben, selber was auszuprobieren und zu sagen, ist es schlecht oder gut. Sondern irgendwer hat mal ein Spiel gespielt, fand das scheiße, hat seine Kritik geäußert. Das haben dann zwei geguckt, die haben es geteilt. Und dann haben es nochmal die anderen sechs, die es geteilt gesehen haben, 50.000 Mal geteilt. Ne, ihr wisst, wie ich meine. Und keiner bildet sich wirklich seine Meinung über irgendwas. Es wird einfach nur als scheiße schlecht geredet. Von Anfang an. Also keiner, und ich bin, ich bin selber mal ein bisschen der Sache auf den Leim gegangen. Ohne, ohne Scheiße, ich habe es mir die letzten, jetzt haben wir 22, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre habe ich es mir abgewöhnt. Wenn ich an irgendwas Interesse habe, vor allen Dingen, wenn es schon eine Reihe hat, ne. Das kannst du bei, bei, ähm, Einzelspielen jetzt, da kaufst du dir einfach was. Denkst du so, ja, okay, das, das funktioniert vielleicht, mag ich, gefällt mir das Cover, ne. Wie früher, als in den Laden gegangen bist, als kleines Kind, da hast du einen Glasschrank gehabt, da standen Spiele drin, hast dir ein paar Packungen angeguckt, hast gedacht, oh, toll. Oder du hast so eine Kataloge gekriegt, zu Weihnachten, wo Bilder von den Spielen drin waren, also, ähm, Screenshots quasi. Und fandst du das toll, hast du ein Spiel gekauft, wusstest du ja vorher nicht, wie es war, konntest du auch nicht, konntest du auch nicht irgendwie aus dem Internet mal eben Daten raussaugen, wie das ist. Und, ähm, ja, also. Man hat sich, ich hoffe, die Menschen kommen noch mehr drauf. Ich glaube, bei den Jüngeren ist es ein bisschen besser jetzt. Oder wird es ein bisschen besser. Es gibt zwar viele Jüngere, die immer blöder werden, aber auf gewisse Weise eignet sich, glaube ich, viel selber an. Und in meiner Generation ist es zum Beispiel so, also, Anfang 40 bis abwärts, 30. Ähm, die ziehen sich viel zu viel Scheiße aus dem Internet raus, was nur gut und schlecht ist und sagen dann bei einem Ja, nur weil irgendwie andere Leute das gesagt haben, ja, das ist scheiße, nein. Ich habe mir das angewöhnt, ähm, wirklich angewöhnt. Und ich sage es nicht umsonst, ich habe es halt selber eine Zeit lang so gehabt, ähm, dass du... Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, es kommt neuer, also Ikonenteil raus, so Ikon 6, was natürlich nicht passieren wird, ähm, ich würde mir gar nichts drüber durchlesen. Wirklich null. Ich würde mir vielleicht mal einen Ingame-Screenshot angucken, bevor es rauskommt, aber ich würde mir da absolut nichts von reinziehen, weil ich weiß, dass ich einen Trailer gucken würde. Und dann hat es ja so ein Tue zu der Ansicht, man liest sich Kommentare durch. Ähm, dann wäre es irgendwie so, dass dann irgendwelche Kommentare da drunter sind, die das halt schlecht machen. Vielleicht, du hast so 36, die es schlecht machen und dann hast du zwei, die es gut machen und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr, von irgendwelchen Leuten irgendwas schlecht reden zu lassen, bevor ich es überhaupt gut finden kann. Ich habe jetzt zum Beispiel, ein Beispiel an Spielen, die gerne schlecht geredet werden, zu gern, äh, schlecht geredet werden. Dann, das wäre zum Beispiel, so meiner, also nur um halt ein Beispiel zu nennen, war zum Beispiel, ähm, Mass Effect Andromeda. Ja, was mal Teil 4 sein sollte, jetzt aber nicht ist, weil es kommt ein Pferderteil raus. Und da war es halt so, komm, einen Gegner nehmen wir noch, ähm, keine Ahnung. Probleme im Gameplay, ähm, es buggt hier, es buggt da. Ähm, die Charaktere werden nicht so wie bei den ersten drei Spielen. Weißt du, also gedöhnt, ne, dann waren wir viel noch frustriert, weil es nicht die gleichen Charaktere gibt, wie in den anderen Spielen. Was ja jedem sein gutes Recht ist, vielleicht wollte er irgendwie 20, ich finde, wird es auch irgendwann schade finden, dass es Chris nicht mehr gibt, weil die in Resident Evil zum Beispiel alle altern. Mit jedem Spiel. Ähm, aber wenn es so ist, ist es so. So, solange es neue Charaktere, die dann gut geschrieben sind, eine nette Charakterarche haben, wird mich das trotzdem reizen. Na? Oh, alter Schwede. Ja, jetzt war ich bestimmt wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte, weil ich so auf Jokas Move gespannt war. Ach, genau, ja, ähm, genau, Mass Effect Andromeda, also, dann hab ich mir das nicht gekauft, bis 2020, ne? Es kam 17 raus, bis 2020 nicht gekauft, weil mir gesagt wurde, das ist ein schlechtes Spiel. Dann hab ich es mir gekauft, gezockt, dann hab ich gedacht, alter Schwede, was für ein Bullshit. Die Charaktere in dem Spiel, also, allem voran, also ihr könnt euch bei Mass Effect Spielen eigentlich immer, also es gibt ein vorgegebenes Bild, ne, wie der Charakter aussieht, haben sich Models hier ausgewählt. Ihr könnt ihm aber auch ein eigenes Bild geben, dem Charakter. Also, ihr könnt ihn euch zusammenbasteln, wie ihr ihn wollt, ne? Blonde Haare, schwarze Haare, braune Augen, bla bla bla. Dass die Synchro auf Deutsch, und Deutsche machen richtig gerne Sachen schlecht, ähm, mega gut war von dem Charakter. Das wurde übrigens auch schlecht geredet, dass insgesamt die Synchro nicht gut wäre, die ist aber gar nicht schlecht, die ist gut sogar, sehr gut. Ähm, Das sieht optisch mega schön aus, das Spiel. Wirklich mega, da kann er eigentlich gar nichts gegen sagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Bugs, die in dem Spiel so schlecht geredet werden, dass ich die gleichen auch in den, äh, in den, ähm, Originalteilen habe. Was ihr übrigens, was ich beweisen kann, denn, wer sich für die Spiele auf meinem Kanal interessiert, der kann gerne Messeffekt Andromeda gucken, und der kann sich auch Messeffekt 1, 2, und bald auch 3 angucken, und ihr werdet immer die gleichen, äh, Kackfehler sehen in den Spielen. Also, es ist wirklich viel Gehasse, was es, was es, äh, in der Videospielewelt gibt heutzutage. Viele Sachen sind nicht so schlecht, wie sie gemacht werden, ihr müsst sie euch nur mal selber angucken, und manchmal hat's noch nicht mal nur mit eurem Geschmack zu tun, dass ihr sagt, okay, ich finde die Story oder die geiler, manchmal ist es wirklich so, dass Leute etwas hassen und dann etwas schlecht machen, was, ähm, eigentlich bei den anderen Spielen, die sie gehypt haben, genauso ist. Also, es ist ne, immer noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt speichern, und dann war's das, müssen wir nächstes Mal weitermachen. Weil bei mir ist es mit der Zeit leider wirklich vorbei, ich spiele schon viel zu lange wieder, und bevor ich jetzt noch zweimal eine halbe Stunde investiere, bis es soweit ist, dass das klappt, ähm, höre ich jetzt auf. Dann tut's mir leid, dann habt ihr mir jetzt eine Menge beim Greiten zugeguckt, und es geht nächstes Mal noch weiter damit, ähm, aber bis dahin, werde ich mich erstmal fürs Zuschauen bedanken, für die Geduld, und das, ich hoffe, der kleine Anfang von, ähm, der Story von Gelo hat euch gefallen, und natürlich das Ende von Hugo seiner. Also, danke fürs Zuschauen, euer Shepard. Ich werde das